So, ein Moment, ich muss noch gerade etwas sagen. Äh, ja, also ich hab mir jetzt, ähm, den Alpha genommen. Äh, ja. Und, äh, ja, hiermit werden wir jetzt noch etwas sagen. Dann werden wir jetzt halt, äh, rumfahren. Und jetzt bringt uns Niki halt einiges bei, was wir wissen müssen. Und das schauen wir uns doch jetzt alles mal wieder an. Äh, so. Clubs sind wichtig, um sich in der Stadt einen Ufer aufzubauen. Bei vielen Rennen kannst du einen Partner mitnehmen. Und glaub mir, du wirst ihn auch raufen. Es gibt drei verschiedene Fähigkeiten. Einige Fahrer sind Locker, andere Schlepper und es gibt Scouts. Damit du es besser verstehst, werde ich jetzt deine Partnerin sein. Neville ist für ein paar Runden unser Gegner. Zuerst musst du wissen, wie du deinem Partner signalisierst, dass er was tun soll. Ansonsten fährt er einfach weiter. Probier's aus. Jetzt weißt du, wie es geht. Genau so funktioniert es mit Blottern und Schlepper. Nur die Scouts arbeiten die ganze Zeit für dich. Locker sind sozusagen die Lenkraketen der Straße. Sie verkratzen sich gerne den Lack, um deine Gegner vor der Strecke zu schieben. Ich zeig's dir. Zeig Bescheid, wenn ich never blotten soll. Perfekt. Jetzt hast du gesehen, wie es funktioniert. Schlepper sind Geschwindigkeitshörter. Weil zwei Wagen hintereinander schneller sind als einer rein, musst du hinter den Schlepper fahren und dort ein paar Sekunden treiben. Du beschleunigst und wenn du auf den Windschatten herausfiehst, wirst du nach vorne katapultiert. Okay, gib das Kommando und ich schleppe dich. Ein Moment. Alter. Jetzt können wir den Windschatten benutzen. Perfekt. Die letzte Fahrradklasse hat den Schnaub. Die Schnaub haben ihre Augen überall. Sobald andere entstattet, suchen wir alle Gassen. Körpers, die die einen Zeitpunkt erbringen. Probieren wir es aus. Wir schauen wieder. Körpers, die die einen Zeitpunkt erbringen. Solltest du im Kopf behalten, dass dein Partner nur eine bestimmte Zeit lang für dich arbeitet? Bis seine Energie verbraucht, kann er dir nicht mehr helfen. Er bleibt aber bei dir und damit neue Energie, bis er wieder einsatzbereit ist. Meine Partner sind wie ihn. Obst du sie zu früh, sind sie nicht bereit, wenn du sie drinnen musst. Okay, ich glaube, das Wichtigste reicht du. Und jetzt atme die auf die Straße. Sie sagt also, wieso bereit? So, das ist alles, was du für den Anfang wissen musst. Ich hab genug Zeit mit dir verschwendet. Was steht dann der Wuch? Also nur, wir zwei Hübschen. Daher drehen wir doch mal voll auf. Du bist mehr so der ruhige Typ, oder was? Nein, genau ich. Ich konzentriere mich immer. Habt ihr immer die Gedanken ganz auf der Schlappe? Ohne viel darüber zu quatschen und so, weißt du? Und natürlich kommen die Cops. What the fuck? Hey, die Cops sind da. Ich versuch sie abzuschütteln. Gib Gas. Wir müssen jetzt also versuchen, abzuhauen. Wir müssen jetzt also versuchen, abzuhauen. Scheiß Kopf da vorne. Ich kann nicht schneller. Ich kann nicht schneller. Fuck. Nein, 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 nein. Ich erfisch mich, erfisch mich. Ich erfisch mich. So, wir haben's geschafft. Verfolgung, entkommen. Hey, wir müssen uns unbedingt treffen. Ich hab dir die Koordinaten für einen Unterschlupf geschickt. Da triffst du mich. Ich hoffe, das ist nicht weit weg. Ich hab dir die Koordinaten für einen Unterschlupfeschickt. So, da sind wir auch schon gleich da. So, da sind wir auch schon gleich da. So, Neville ist... ja okay, das könnt ihr euch alles selbst durchlesen. So, wenn dann müsst ihr eigentlich Pause drücken, ist mir jetzt scheißegal. So, da müssen wir Wagen ansehen, können wir hier mal machen. Okay, das Blau mit Schwarz und den grünen Felgen passt gar nicht. Äh, also, ist jetzt nicht so geil, ne? Hallo? Ist ja... Naja. Das Auto ist geil, aber nicht die Farbe. So, okay, dann... Hallo? So. Äh, einen Moment. Wir können seinen Wagen tunen. Ach ja, hier kann man die, äh, Fahrzeuge von denen, äh, gratis tunen. Aber das machen wir erst später oder ich mach's offscreen, weil... Das dauert ein bisschen. So, dann als aktiv festlegen. Ähm, hier hast du... ja, okay. Wir nehmen Ufo. So, das ist dann... Hallo? Ähm, Steuerung, ja. Also, ich spiel das auf der Playstation 2. Ich hab schon wieder das I vergessen. Mann, oh Mann. Ähm... Ja, also, ich spiel das auf der Playstation 2, deswegen ist hier die Steuerung... Steuerung ein bisschen scheiße. In der Stadt geht's heiß her. Überall kämpfen die Crews um die Stadtteile. Auf deiner Karte siehst du, wo sich die Crews befinden. Die kleineren Crews sind mal hier, mal da. Aber der Großteil von Palmin ist zwischen Kenjis Bushido, Wolves TFK und Angie's 21st Street Crew aufgeteilt. Dein Ruf? Tja, du hast keinen Ruf. Aber wenn du ein paar Mal gewonnen und irgendwann mal ein eigenes Territorium hast, wird dein Ruf steigen. Sobald du für einen Crewboss eine Bedrohung darstellst, wird er nach dir suchen. Fordert er dich heraus, hast du die Chance, sein Revier einzunehmen. So, hier könnt ihr euch das wieder durchlesen, indem ihr einfach Pause drückt. Oder kann man einen Teil nicht ganz lesen. So, dann hier können wir uns jetzt ein Rennen auswählen. Aber bevor wir das machen, wird's, ähm, ja, Mache ich jetzt eine kleine Aufnahmepause. Ähm, ja, wenn, ja, ich mache mir nur so 15 Minuten folgen und wenn wir jetzt das Rennen anfangen, dann muss ich mitten da drin unterbrechen. Und das wollen wir ja alle nicht. So, dann werdet ihr nächstes Mal sehen, ob ich abkacke oder ob ich es schaffe. Äh, ja, das aber natürlich erst in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns später wieder bei der nächsten Folge. Tschüssi, Kowski!